Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Pack über die Folge. Die Division Rivals bzw. Foot Champions Packs sind da. Wollen wir natürlich gerne öffnen. Wir fangen mit dem geilsten an. Einer von drei Foot Champions Spielern. Hoffentlich wieder kein Schmutz wie Hermann. Ich bin gespannt. Alter, ist es wieder nur Mist dabei. Wie kann man so viel Pech haben, dass man immer nur Schmutz da drin hat? Also es ist wirklich scheiße. So ein Onana ist halt schon ganz cool, aber... Leute, da sind zum Teil auch Messi drin und so. Und ich ziehe sowas. Wir fangen an mit dem schlechtesten. Das ist das hier. Nur Schmutz, nur Scheiße, nur Kacke. Okay, erstes Pack war Mist. Trotzdem... Da ist schon wieder Ulti dort. Den Typ kriege ich nie verkauft, aber er kommt immer und immer wieder. Trotzdem werde ich versuchen, die jetzt natürlich zu verkaufen. Ihr wisst, ich bin immer noch an der SBC von Gnabry, an der SBC von Kona T. Deshalb... Mal gucken. So. Jumbo Premium Goldspieler Pack. Doppelte Größe des Premium Goldspieler Packs mit ein zusätzliches Seltenobjekt. 24 Goldspieler, 7 Seltene. Okay, das war schon gar nicht mal so schlecht. Es war schön hell. Marokko. ZOM. Ajax. Es ist sicherlich. 85er. Nice. Es geht gut los hier. Es geht super los. Aber der ist auch nichts mehr wert, leider. Eigentlich ist er ein geiler Spieler, aber jetzt glaube ich auch nichts mehr wert. Und ansonsten wieder nur Rotz drinnen. Ah, ja okay. 4.000, 5.000, passt schon. Lieber mitnehmen, wie gar nicht mitnehmen. Boah, wie viele Karten. Gleich ist alles voll. Doch, das lohnt sich schon. Es ist zwar nicht die mega geilen, geilen Packs, aber es lohnt sich wenigstens. Seltene Goldpack. Ich hätte gern was Blaues. Nee, das ist nix. Das ist nix. 18 Stück, 18 seltene. Nichts drin. Muss man auch erstmal schaffen. Das würde ich gern behalten. Die weg. Äh, jetzt habe ich sie alle weggemacht. Ach, na toll. Egal, scheiß drauf. Mache ich gleich alles offline. Nettes Megapack. Das ist bisher der größte Pack mit 30. Ja genau, 30 Objekten. Spieler und Verbrauchsobjekte. Alle Gold, 18 selten. Letztes Pack für heute Morgen. Näh. Brasilien. ZDM. Real Madrid. Casemiro. 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 Bei Brasilien denke ich natürlich immer erst an Neymar. Okay, der ist schon... Jawohl. 15, 20k, ne? Ja, 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 ja. Nice. Hau ich rein? Ich hätte vielleicht ein bisschen den Preiswuch machen sollen. Jetzt habe ich auch wieder ein paar Vertragskarten, weil die sind mir nämlich ausgegangen, tatsächlich. Dann sage ich jetzt vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder in der neuen Foot Champions Weekend Leech. Ich werde mich jetzt natürlich schnell noch anmelden. Und ich habe es wieder vergessen aufs Bar. Ich glaube hier. Ja. Und dann sind wir wieder dabei. Am Wochenende spielen wir wieder mit. Elf Siege müssen wir machen, damit wir auch nächste Woche wieder dabei sind. Deshalb, bis dann. Euer Dark. Haut rein in die Abo-Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Genau. Ja.